Neue Folgen, darauf dürfen die Wollnys-Fans freuen. Alle die Wollnys-Fans sollten jetzt ganz genau aufpassen, im Februar werden neue Folgen der Dokusop im Fernsehen zu sehen sein. Seit mehr als 10 Jahren begeistern Silvia Wollny, 57, und ihre zahlreichen Kinder und Enkelkinder die Zuschauer mit ihrem turbulenten Alltag als Großfamilie. Nun dürfen diese sich auf neue Folgen freuen, was wohl dieses Mal bei der Deutschland- weit bekannten Großfamilie passieren wird. Das verriet jetzt Presseportal, so ist unter anderem Silvias Nesthäckchen Loredana, 18, vor kurzem Mutter geworden, ihr Freund wohnt allerdings in der Türkei. Wir werden die frisch gebackenen Eltern den Spagat wohl meistern. Auch scheinen die Wollnys an einem Ferienhaus in dem Land interessiert zu sein. Ein Haus hat die Großfamilie schon in Sicht, allerdings soll der Robau eine Menge Arbeit mit sich bringen. Auch stehen in der Kultfamilie einige Feierlichkeiten an, Sarafina Wollnys, 27, Zwillinge Emory, 1, und Casey, 1, werden ein Jahr alt. Ihre Schwester Silvana, 31, und ihr Partner Florian Köster, 34, bereiten währenddessen die Erstkommunion ihrer Tochter Selina, 9, vor? Die neuen Folgen, die Wollnys, eine schrecklich große Familie, starten am 15. Februar um 20.15 Uhr bei RTL 2. 2. Vielen Dank. Vielen Dank.